Oh, was haben wir denn da unten? Mensch, hey, Kinas. Wisst ihr, was bei mir gerade los ist? Space Engineers ist los. Der zweite Vorschlag für ein Let's Play, das hier auf dem Kanal eben dann in Zukunft laufen soll, zusätzlich zu dem anderen Content. Einfach um auch ein bisschen Lücken zu füllen, denn Let's Play sind ultra-zeitunaufwendig. Also man kann einfach zwei Stunden aufnehmen und hat dann acht Parts. Ich habe mir extra für euch alle Tutorials angeguckt. Die habe ich alle durchgepimmelt. Also ich bin jetzt der Pro. Ich dachte mir, auch wenn es diese geilen Planeten gibt, die sind noch nicht so... Ich habe da ein paar Tests drauf gemacht, das ist noch nicht so spannend, wie man das glaubt, dass es ist. Ich denke, das Beste wird sein, wenn wir Crash Red Spaceship, wenn wir das als das starten. Da geht es eben darum, dass wir gecrasht sind mit unserem Schiff und dann zack, bumm, überleben müssen. Aber dann fliegen Teile, Kreuze vorbei oder irgendwelche Viecher, die uns angreifen, also Space Piraten oder was weiß ich. Also da gibt es einiges zu tun. Und ich denke, das ist die beste Mission, mit der wir dann, ähm, die wir wählen werden. Hier bei den Settings ist noch zu sagen, ich will auf jeden Fall Survival spielen, beziehungsweise und auch sehr realistisch. Aber, aber, damit wir etwas vorankommen, ich meine, ihr sollt da nicht einschlafen. Ich werde die Teile auf jeden Fall hier auf 10 stellen, äh, denn sonst, sonst brauchen wir ewig. So, soweit, so gut. Wir können hier unsere Wurstwelt starten und, äh, ich bin gespannt, wie es läuft. Und da beginnt die Party auch schon, wir wurden aus unserem Raumschiff herausgeschleudert und es ist hier in dieses Teil geknallt. Das konnte man nicht sehen, aber davon gehen wir jetzt aus, ne, es ist ja ein Crash. Mh, man startet einfach genau so im... Oh, Kinder. Das sieht echt geil aus, oder? Holla, die Waldfee, ist, ist das schön. Ich hier mal kurz in die Ego-Perspektive. Sehr, sehr schön. Ich sehe jetzt hier gerade keine weiteren, äh, Dinger um uns drumherum. Ah, doch, da hinten. Und da. Und da ganz da hinten. Die sind mitunter eben sehr, sehr, sehr weit weg. Also man sieht ganz da hinten noch was, genau da. Und da hinten ist auch noch was. Ähm, es gibt viel zu tun für uns. Das ist schon mal klar. So, also wir müssen hier in diesem Spiel überleben. Ich weiß nicht, ob ihr Space Engineers kennt. Man, ähm, es ist sehr technisch und das ist auch das Coole an der ganzen Geschichte. Ich habe übrigens die Grafik so eingestellt, dass wir auf jeden Fall schöne 60 FPS haben. Wir sind in unserem, in unserem Raumanzug gerade unterwegs. Man kann den Helm abziehen. Also man sieht es nicht, aber man kann ihn abziehen. Dann verlieren wir aber Health. Da links stehen die ganzen wichtigen Dinge, ne? Ähm, ich kann jetzt zum Beispiel diese Dampners ausschalten. Die uns die ganze Zeit in der Waage halten. Und dann drehen wir einfach davon. Jetzt schall ich sie wieder an, dann wird automatisch korrigiert. Das ist, äh, eine coole Geschichte. Das sieht man da links, aber glaube ich, ja doch. Da links sind eben alle Sachen. Hier, die Taschenlampe haben wir noch. Ich kann mich noch so umgucken. Guck, wie cool wir aussehen. Ein sehr schickes Spiel. Die wichtigsten Anzeigen sind da unten links. Energy, Oxygen und, äh, Hydrogain. Also Wasserstoff ist ja wichtig für unseren, äh, für unseren Antrieb hier. Also für unseren Jetpack. Und Oxygen natürlich zum Atmen. Und Energy, wenn die leer geht von unserem Anzug, dann haben wir auch echt geschissen. Unser Raumschiff ist stark zerballert hier. Zercrushed an diesem Asteroid. Und ich denke, es sieht aus, als wäre das Eis da oben drauf. Ich will gucken mal direkt. Hier ist unser Inventar. Wir haben nur die Standarddinge dabei. Im Raumschiff ist bestimmt auch noch was drin, das wir dann wieder verwerten können, um hier eben das Teil wieder aufzubauen. Also was ganz wichtig ist, ist natürlich Energie. Hier haben wir Solarpanels, die funktionieren noch. Die haben jetzt zwei grüne Lichter angezeigt. Das heißt, die stehen recht gut zur Sonne. Wir können sie jetzt noch optimal ausrichten. Dann würden sie wahrscheinlich vier anzeigen. Aber wir wissen ja gar nicht, ob der Antrieb noch geht. Anscheinend ist unser Reaktor noch intakt. Der ist bestimmt irgendwo weiter hinten verbaut. Denn die Teile sind noch an hier. Unsere Thruster. Ich habe hier Tutorials gespielt, habe ich euch ja vorhin schon gesagt. Aber ich habe das Spiel an sich das letzte Mal vor zwei Jahren gespielt. Ach, hier ist kein Gravity. Und Wallen und ich haben da zusammen gespielt. Und aber nie richtig ernst gespielt. So richtig hier mit Aufbauen und hin und her. Wir haben nicht im Survival-Ebenen gespielt, sondern im anderen Modus. Ja, mal gucken, was das Schiff dabei hat. Medical Components, Displays und so weiter. Einige Dinge, die wir zum Bauen benötigen. Unter anderem Platinum Ingot und Gold Ingot. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir müssen aber jetzt mal zu unserem Cockpit kommen. Ich kenne mich, wie gesagt, gar nicht aus. Ich weiß nicht, wo hier irgendwas ist. Ich glaube, wenn ich ins Raumschiff reingehe. Ah, da ist eine Tür. Dann mache ich vielleicht auch diese First-Person-Sicht ein, wenn das euch nichts ausmacht. Hier sind die Assembler. Das sind die Fertigungseinheiten. Man sieht es hier. Das sind so, ne? Der ist kaputt, dieser Assembler. Der ist nicht fertig gebaut. Deswegen kann man da reinschauen. Eigentlich sehen die dann so aus. Ich kann mal reingucken hier in die Production. Das kann man alles herstellen. Also man kann generell sehr, sehr viele Dinge herstellen. So wie in Minecraft eben die Tische, an denen man Dinge herstellen kann. Ja, der ist jetzt aber im Moment, glaube ich, der ist ausgeschaltet, weil ja auch gerade keine Teile da sind, aus denen er was Assemblen könnte. Hallo? Ah ja. So, gerade eben ist es kurz gehangen. Hier geht es einfach raus. Okay. Ich weiß nicht, ob das so geplant ist. Hier bei Space Engineers kann man luftdichte Räume basteln. Wir sehen jetzt gleich, ob das hier ein luftdichter Raum da drin ist. Nein. Also zumindest kommt hier keine Luft uns entgegengeströmt. Was haben wir da hinten? So, da haben wir einen Reaktor. Einen ziemlich großen Nuklearreaktor. Und hier geht es einfach direkt wieder raus. Wir können uns übrigens an jeder solche, an jeder Exzesseinheit, außer bei denen bei den Türen, glaube ich, aber hier, können wir immer hier reinschauen und uns generell, wir können von hier praktisch alle Dinge an- und ausschalten. Alle Lichter, alle Reaktoren, alles, was wir eben am Schiff angebaut haben, können wir an- und ausschalten. Und die Verbindung besteht einfach über diese Blöcke, die, aus denen das Raumschiff besteht. Das ist automatisch sofort eine Verbindung. Und was ich jetzt euch eigentlich zeigen will, ist, wir können hier in den Reaktor reinschauen. Wenn wir auf Inventar gehen, sehen wir ganz oben das Teil, an dem wir stehen, der Reaktor, mit seinem Inventar. Und dann kann ich aber generell noch reinschauen, der Oxygen-Tank, was der hat, er hat nichts enthalten. Dann haben wir einen Oxygen-Generator, da muss Eis rein, damit er eben Sauerstoff und Wasserstoff herstellen kann. Und da haben wir ganz viele Sauerstoffflaschen, die wir wiederum mitnehmen können. Und wenn unser Sauerstoff laggt, können wir damit unseren Tank auffüllen unterwegs. Hier in dem kleinen Karko-Container sind auch nochmal Utensilien zum Bauen. Hier sind unsere anderen Reaktoren, die irgendwo versteckt sind im Raumschiff. In der Raffinerie ist schon Zeug drin. Und jetzt passt auf, ich kann jetzt von hier die Raffinerie einschalten auf Info, äh, auf Control Panel. Wir suchen die Raffinerie wahrscheinlich bei R. So, und jetzt schalte ich sie ein. Meistens hört man die, wenn sie in der Nähe ist. Dann macht sie so, und jetzt sehen wir hier, die verarbeitet die Materialien schon. Also sie verarbeitet immer das ganz linke hier, das Eisen, Eisenohr arbeitet sie geradezu, Eisen, ähm, Ingots. Im Assembler ist, wie gesagt, nichts, aber der Assembler nimmt eigentlich automatisch die Dinge, wie gesagt, alles ist zusammen angeschlossen. Obwohl, ich glaube, es zählt nicht für die, ich glaube, es zählt nicht für die, die Objekte, die Items sind nicht automatisch durch die Wand. Da muss man richtige Röhren bauen, aber ich glaube, das ist ja alles schon fertig. Also ich glaube, dieses Raumschiff, wenn es nicht zerstört worden ist, die Teile müsste komplett von einem Ding steuerbar sein. Wir haben hier noch einen zweiten Assembler, der ist aber kaputt, das haben wir ja gesehen. Und hier ist nochmal unser Large Cargo Container und zwei Kollektoren haben wir noch. Die Kollektoren sind draußen. Wenn wir jetzt im Laufe des Let's Plays, das wir dann vielleicht machen, hier uns eben auch weitere kleine Raumschiffe bauen und mit denen minen gehen, also eben, ne, uns eigentlich, also Sachen abbauen. Dann können wir hier, hier irgendwo muss so ein Cargo, da vorne, da vorne. Das hier ist, müsste dieser Sammler sein. Da können wir einfach ranfliegen, ne, das ist der Connector, da fliege ich mit meinem Raumschiff dran, drücke auf, auf eine Taste, damit wir, zack, richtig connecten, dass wir nicht davon treiben. Und dann kann man Sachen rüber, rüberbringen. Und hier kann ich, glaube ich, auch einfach Sachen reinschmeißen und die werden automatisch aufgesammelt. Ja. Oh, was ist da mal denn da unten? Da ist eine Militäreskorte, die da unten gerade durch unser System hier fliegt. 9 Kilometer Entfernung, 9,49. Also, ich denke, dass sie unter uns durchfliegt, ne, so wie das aussieht. Das wäre echt bitter, wenn sie jetzt zu uns kommt, wir sind völlig nackt. Ja, Wolli sind fette Eisschichten, geil. Das ist schon mal gut für unseren Sauerstoff, äh, für die Sauerstoffgeschichte. Da drüben ist direkt der nächste Brocken, den wir auch ansteuern können. Also, Leute, es gibt so viel zu sagen. Was ist denn hier? Ah, hier ist auch nochmal eine Tür. Ah, wahrscheinlich sind die Generatoren einfach genau gegenüber. Wisst ihr noch? Drinnen war gerade eben entgangen. Ja, das ist der zweite Reaktor, meine ich nicht, Generator. Und wenn wir jetzt hier sind, genau, sind wir wieder hier in dieser kleinen Hauptschleuse. Dann muss hier, muss es hier Richtung Cockpit gehen. Ja, habt ihr gemerkt? Die Luft, wie sie mich weggepusht hat. Das heißt, wenn ich hier schließe, da unten rechts ist die Anzeige Oxygen on. Wir warten jetzt mal, hier muss, ja, hier ist die Lüftung. Zack, wir haben Oxygen, Oxygen, wir haben Oxygen am Start. Ich habe jetzt den Helm ausgezogen, man sieht es leider nicht. Es gibt dafür keine Animationen oder der Helm verschwindet dann auch nicht. Aber wir können hier ohne Helm unterwegs sein. Das ist auch wiederum wichtig für unseren Oxygen-Haushalt in unserem Anzug. Ihr seht, wir haben jetzt nur noch 68,2%. Ja, man muss jetzt ja nicht verschwenderisch damit umgehen. Wir haben ja hier unser Teil am Laufen. Ist das hier direkt unser, der Oxygen-Generator? Hier packen wir dann das ganze Eis rein. Oh, da ist auch gar kein Eis mehr drin. Vorhin war noch Eis drin, ne? Kannst du mal sehen. Dann müssen wir dringend dann Eis reinpacken, dass die Sauerstoffversorgung hier weiter gewährleistet ist. Und hier seht ihr die ganzen Könverjahres, die Tubes. Dadurch werden die Items eben automatisch zu Dingen gebracht, die sie brauchen. Zum Beispiel zum Assembler. Die Energieform im Anzug geht auch langsam leer. Die kann ich aber aufladen, wenn ich mich hier einfach an das Cockpit setze. Ich sehe jetzt vor mir nicht viel. Ich muss auf die Außenansicht gehen. Da sehen wir unser prachtvolles Schiff. Und, oh, guck mal, es funktioniert sogar noch. Wir können, ja, unsere Düsen vorne. Wo sind die denn? Mit denen wir gerade, da. Ja, diese Düse hier, die rechts, die ist noch, die funktioniert noch. Wir können also auf einer Seite rückwärts fliegen. Wir driften dabei ein bisschen ab. Aber wir haben ja unsere Inerta Dampeners on. Das heißt, die arbeiten da direkt dagegen. Ne, man merkt es. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel rückwärts fliege und die ausmache und ich drücke nichts, dann schweben wir einfach auf ewige Zeiten davon. Die lassen wir natürlich an, verbrauchen. Unten rechts sieht man jetzt die Energie und sowas vom Schiff. Das verbraucht natürlich auch Energie. Aber das ist nicht so tragisch. Also, wir gucken uns das mal ganz kurz an. Schaut mal, da links, das Teil ist kaputt. Diese Verbindung. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen näher dran. Diese hier ist kaputt. Ich weiß nicht genau, wo die hinführt. Ah, das ist die Zuleitung zum zweiten Reaktor. Ist aber nicht schlimm. Wir laufen trotzdem, also es funktioniert trotzdem noch. Wir haben hier, unsere Reaktoren erzeugen 900 Megawatt. Und wir können hier auch ordentlich fliegen, ohne unsere Power Usage in den roten Bereich zu treiben. Gut, wir sind komplett manövrierfähig. Das ist schon mal geil. Dann können wir nämlich, vielleicht, es ist sinnvoll, dass man sich hinter einem großen Asteroiden versteckt. Denn es gibt Meteoritenschauer. Wie lange hält unser Fuel noch? Wenn wir uns bewegen, 16 Minuten. Das ist echt Zeit. Das ist natürlich wenig. Mit der Geschwindigkeit, ich weiß nicht, die Maximalgeschwindigkeit sind, glaube ich, 100 Meter die Sekunde. Ähm, ich mach mal kurz die Energie komplett aus. Ne, kann ich nicht, sonst kommen wir nicht mehr aus der Tür hier raus. Wenn ich die Tür geöffnet hab, ähm, naja, werde ich raus, werde ich rausgepusht, beziehungsweise wird die Luft rausgepusht. Wir müssen hier unbedingt einen Shot einbauen, dass wir nicht so viel Energie verlieren. Ich will mich nochmal ganz kurz draußen umgucken. Gott, sieht das schön aus. Hört ihr das? Oh, was ist low? Oh, shit! Oh, ich hab den Helm die ganze Zeit abgehabt. Ich bin fast gestorben. Oh, scheiße! Fuck, krass. Man hört hier den, den Ding arbeiten da oben. Die Raffinerie hört man da arbeiten. Also. Gibt's hier irgendeinen ganz großen, ich weiß nicht, wie groß der da hinten ist. Ist der größer wie unserer? Der ist ja schon recht groß. Hier haben wir noch was verloren, das ist ein Teil von uns. Okay. Also, das Spiel sagt mir auf jeden Fall extrem zu. Ah, da hinten ist nochmal so ein, da ist nochmal so ein Klotz. Und da auch, ganz da hinten. Und ja, es gibt halt ganz, 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 ganz da hinten ist auch nochmal was. Es gibt halt riesige, riesige Klötze, die man hier anfliegen kann. Aber das Teil, was wir hier haben, ist schon ziemlich groß. Ich werde das Raumschiff, ich werde versuchen, das Raumschiff ganz nah an das Teil ranzufliegen. Das ist auf jeden Fall schon mal größer als unser Raumschiff. Natürlich wissen wir nicht genau, woher die Asteroiden kommen, wenn sie dann mal kommen. Aber. Ich denke, wenn ich jetzt, wenn ich unser Raumschiff hier an dieser dunklen, auf dieser dunklen Ebene versuche zu parken, dann ist das auf jeden Fall besser, wie wenn es einfach von allen Seiten bebombbar ist. Das seht ihr ja hoffentlich alle genauso. Ich will übrigens versuchen, das Let's Play auch so zu gestalten, dass es, egal welches Spiel es wird, dass ich nicht so extrem viel im Voraus vorproduziere, wenn ich überhaupt die Zeit dafür habe, damit ihr auch richtig mitmachen könnt. Also, eure Meinung kundtun könnt zu diversen Dingen, zum Beispiel hier bei Space Engineers, was man als nächstes bauen soll, was wichtig ist und hin und her. Und ja, damit ihr da ordentlich mitverwerken könnt. Wir müssen jetzt schön aufpassen. Ich drehe uns hier gerade ganz langsam. Kann ich uns überhaupt drehen? Ja. Ich versuche uns gerade zu kippen, so. Das geht auch. Wartet mal, wartet mal. Shit. Shit fuel is low. Shit, shit fuel is low. Ich versuche die Kamera so zu drehen, dass wir nicht noch weiter unser Schiff zerschrotten. Ja, ich weiß, dass unser Shit fuel low ist. Chill doch mal. So. Ich flüge jetzt hier ganz langsam rüber. Oh, 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 oh. Okay. Fuck, fuck, fuck. Die Bremsung war sehr, sehr schwach. Oh, was ist da unten? Was haben wir denn da unten? Da unten ist irgendwas mit einer Antenne? Player? Ist da ein Player? Ich kann es konstant nicht richtig lesen. Ja, ich weiß doch, dass Shit fuel low ist. Ich will nur kurz noch ein Stück hier hin. Ich sehe gerade nicht genau, was... Diese Seite habe ich mir ausgesucht, ne? Ich bin eigentlich schon richtig. Jetzt kippen wir noch ein bisschen nach vorne. So, und jetzt versuchen wir einfach mal zu landen. Seht ihr da? Das eine Lämpchen leuchtet an zwei Füßen. Ich drücke jetzt auf P. Und jetzt sind wir gelandet. Also ich kann mich jetzt nicht mehr bewegen. Wir nehmen jetzt das ganze Teil mit. Wir sind jetzt gelandet. Und das Schiff treibt also nicht davon. Das ist sehr schön. So, Strom ist aus. Okay. Ja. Soweit, so gut. Wir müssten, falls es hier das nächste Ding werden würde, das nächste Let's Play, müssen wir auf jeden Fall Eis holen. Ganz viel Eis, um unser Oxygen aufzubauen. Und wir müssten auch irgendwie noch Uran finden oder so. Das hier oben ist nur Stein, ne? Ist das Stein? Ja. Ah, da war... Seht ihr? Da unten ist Iron. Sehr gut. Wir haben Iron schon direkt vor unserer Nase. Wobei wir Uran benötigen. Wenn ich hier in so eine coole rein... Was haben wir hier? Das auch nochmal Eisen. Eisen. Magnesium. Eis. Nickel. Oh, wir haben ja echt ein richtig geiles Vorkommen. Ein richtig schönes Vorkommen an Kram. Das wär's dann, wie gesagt, jetzt erstmal soweit. Ich bin echt gespannt, wofür ihr euch entscheidet. Im Moment sind ja Speck Ops und Engineers hier am Start für die Let's Play Auswahl. Und ja. Wobei beide Spiele so geil sind. Ich würde am liebsten beides machen. Aber, äh, naja. Chillt jetzt mal. Ähm, ich mach hier auch mal mein Jetpack aus. Hallo? Komm, wir danst. Ah, yeah. Na, 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 na. Na, okay. Daumen hoch geben für die krasse Tanzerei. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.